Das macht Spaß, weißt du, so ein bisschen drehen, so aus der Hüfte und das passt schon. Ich bin Cora Möwius und ich werfe wahrscheinlich gerne Weihnachtsbräume. 6,25 Meter. Man guckt schon, die schmeißen die anderen. Der eine dreht, der andere schmeißt dann oben. Der eine macht es wie ein Sperr. Eieiei, das war mal nichts. So ein Scheiß, ey. 95 Prozent bestimmter Spaß. Ja, das ist das Hauptding. Die Gemeinschaft, das ist das Wichtigste. Deswegen war voll wichtig, dass ihr alle dabei seid.